Tötet drei Spinnen. Abgeschlossen. Okay. Also bin drüber gerannt gerade. Ich habe aber glaube ich gerade einen auch so sehr zerstampft, so wie es aussieht. Und dahinten ist auch noch so ein Schwertsymbol. Warte mal eben. Habe ich da vergessen, das aufzuheben? Hier. Ah guck mal, das habe ich vergessen aufzuheben, so wie es aussieht. Na gut, ich hebe mir dann auf, wenn wir das hier gemacht haben. Lass mal den Auftrag jetzt mal losen. Wenn ich die kleine Rate sehe, bringe ich sie selbst zur Strecke. Sie beobachtet uns schon viel zu lange. Das ist uncool. Aber ich komme doch nicht anders lang, hm? Komm ich hier hoch. Okay, dann gehen wir mal hier dann. Hoch mit hier. Ich habe gehört, denn Norm sei eine haube wilder Ghoul unterwegs. Also werden wir uns dem Häuptling dort anschließen. Oh, cool. Einlassen bitte, weil sonst sind wir nicht mehr da, wo ich hinwolle. So, kann losgehen. Okay, also Luca hat der Flüssiger zum Handeln, deswegen indem du seine Bestien freilässt. Das ist das, was wir eben auch gemacht hatten sozusagen mit dem Karagor. Und ja, gut, dann noch einen Tipp annehmen. Das geht mir irgendwie hin. Die Hybris kommt in gezähmter Gestalt. Befreie die Karagor des Häuptlings und offenbare seine Torheit. Drei Stück muss man öffnen. Eins, zwei. Ich denke, wenn wir einen Karagor für ein paar Stunden mit Knüppeln verbrüllen, erkennt es uns als Herren an und lässt uns auf sich reiten. Wenn nicht, dann machen die Schläge das Fleisch wenigstens schön zart für den Koch. Sehen die mich? Ja. Das hört sich nicht gut an. Scheiße. Okay, dann bleibe ich mal lieber in dem Busch hier einfach. Warton. Geht der jetzt auch nicht? Scheiße. Okay, das war nicht der Plan. 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 Letzte Chance. Ja, okay, das weiß ich ja, wie das geht. Y. So. Okay, dann sollte ich erstmal irgendwie verschwinden. Oh nein. Wie, jetzt ist er down? Okay, schnell wegrennen, Alter. Ist er immer noch hinter mir? Ich glaube nicht. Ist die Position jetzt besser? Die Patrouille hat Fußspuren hinter den Böschen. Wir wollen hier rüber, bitte. Aber dieser miese kleine Schnüffler hat sich wohl wieder versorgen. So. Jetzt. Das ist gut. Dann. Und da vorne muss er irgendwo irgendwo einer sein. Dann muss ich wieder auf die andere Seite. Im Moment ist das ein Pfeil gewesen. Kann ich ja gleich mal mitnehmen. Also hier. Ach ich kann von hier leider nicht schießen, fand ich hier aus. Moment. Aber die leisten ja schon mal gute Arbeit, die hier. Warte. So, hätten wir auch. Luger der Flüsterer ist erschienen. Schieße auf. Naja, da ist er. Okay. Besiege Luger der Flüsterer. Okay, und der hatte Angst vor Kraftervor. Pichern. Warte, aber ich muss mir jetzt mal eben die Werte angucken von dem Typen hier. Jaja, das ist interessant. Ich wollte aber zu dem Infomenü mal sehen, wie ich da jetzt hinkomme. So, wunderbar. Ich will nur mal die Stärken und Schwächen anschauen. So, vorst, vor, vor, brennen. Gerät in Panik, wenn er brennt. Okay, also wenn er neben dem Feuerwehr wäre, wäre super. Er leidet Schaden durch Kampftodestöße. Er kann durch Kampftodestöße verwundet werden. Immun gegen Schleichen, immun gegen Fernkampf. Alter, alter, alter. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt mit ihm überhaupt schon anlegen sollte. Aber ich muss es halt probieren jetzt. Ich versuche erstmal die Wache, den Zuhm wegzuhauen. Okay. Meine Bestie. Hey, Schade. Lass Meidläufer. Das sind gleich zwei auf einmal, ne? Das sind jetzt wirklich zwei auf einmal hier. Zwei Digge. Au. Alter. Okay, mal gucken hier. Wirst du mal gut ausweichen. Werden sie sehen. Waldläufer, Bube. Das sind meine Karagor. Nimm deine dreckigen Finger von ihnen. Erstmal, wenn wir am besten die Lampe schützen, wenn wir die Tür. Wir werden ein bisschen aufgeregt hier. Au. Okay, sehr gut. Dann haben wir. Ausweichen. Kondern. Was werden immer mehr? Kondern. Ich habe doch gekondert, aber ich habe kaum noch Leben, Leute. So sieht wahre Rache aus, Weidläufer. Da bin ich down, Leute. Das war zu heftig gewesen. Ich glaube, das muss ich später machen, weil es ja auch zwei waren. Ja, der wird jetzt befördert, weil er mich gekillt hat. Macht 17, ne, großartig. Ist er stärker geworden? Okay. Tja, das ganze Machtgefühl wurde wieder verändert hier. Toll. So, Leute. Wir werden jetzt einfach den Typen nochmal probieren, aber ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schon schaffen kann. Da bin ich mir selber unsicher. Da drüben hat sich etwas bewegt. Ich würde das nochmal eben aufheben hier. So. Da müssen wir hin. Hab ich mir wohl nur eingebildet, wir haben schon bald genug zu kämpfen. Ja, hier ist das. Ich bin so assig, dass ich gegen zwei hier knallt. Ich müsste erst den Ambrusttypen irgendwie darum bekommen. Das Schlimmste an diesem Bleichhäuten ist, dass sie sich... So. Luke an der Flussdrucker genießt eine Niederlage. Muss ich aber auch sagen, ist ziemlich cool, dass sie sich sowas merken. Na gut. Macht 17, ne, das ist echt übel. Was ist erschienen? Jetzt. Bis sind das noch mehr? Ja, wenn ich den jetzt nicht schaffe, dann muss ich erst mal was anderes dann machen. Und da sind ja auch seine zwei Leibfächter mit dabei. Das ist ja auch nochmal das Problem. So, am besten aber erst den Ambrustschütz. Du warte! Ah. Mein Herr will dich zu Hackfleisch verarbeiten. Wir übernehmen das für ihn. Ich hätte das auf dem Ambrustschütz in dem Sinne, das wäre besser gewesen. Ja, das hat ein Schilder, das bringt nichts. Oh nein. Jetzt haben die diese scheiß Hohen geblasen. Verteidige dich doch. Streng dich an. Gönn mir doch etwas Spaß. Alter. Komm drauf hin. Au. Okay, das kann jetzt eine Weile dauern. Ich muss mich jetzt hier wirklich konzentrieren, Leute. Nein, das ist dumm. Alter. Okay, jetzt haben wir alle kennengelernt. Müssten wir diese Farce noch einmal durchstehen? Nun gut. Diesmal werde ich dich schnell töten. Das ist so cool, wie die sich das merken. Ausweichen. Ausweichen. Ach du Scheiße. Ist das übel. Au. Also es sind so viele. Okay, ich muss noch so ein bisschen mit dem Bogen zu arbeiten. Das klingt ja, okay, das ist gut. Super. Also ich habe ja keine Informationen über den. Was war das für ein Geräusch? Uns alle Hörer nicht besiegen. Du bist immer so schrecklich. Du bist immer so schrecklich. Du bist immer so schrecklich. Hinterher. Es sind auch einfach ein bisschen viele hier gerade. Ich will, ich will den. Moment, wo ist er? Wo ist ich den? So, der ist da. Wunderbar. Das ist schon mal gut. Wie war das? Ah. Okay, den haben wir schon mal. Sehen wir, ob ich den anderen Leitwäschler so auch noch dauernd bekomme. Hoch mit dir. So. Alter. Ich habe hier volles Leben, sehe ich gerade. Okay, also die Taktik funktioniert erst mal. Wo ist der andere Leitwäschler? Hier unten. Oh, das ist der Falsche gewesen. Alter, sind das viele. Na gut, dann kämpfen wir erst mal hier. Okay. Nein. Ah, das ist auch zu spät. Ausweichen. Aber es sind so viel zu viele. Finde ich es zumindest. Okay, das ist mir ganz gut. Alter. Okay, ich muss erst mal wieder weg hier. Ah, der hat sich noch viel, der Typ. Komm. Okay, den habe ich auch, Leute. Den habe ich auch. Wie, jetzt bin ich ja nicht gestorben, oder? Weg hier, weg hier. Das Leben noch, das Leben noch, das Leben noch. Okay, erst mal wieder weg, Leute. Das ist der Single. Oh, krass. Soll ich versuchen, mal eben das Ding hier aufzuheben? Und? Okay, das wird wahrscheinlich Snacks. Ah. Ach, hier ist ein Feuer gewesen? Oh nein, hier war ein Feuer gewesen. Jetzt müssen wir unbedingt ein Feuer suchen. Und das dann mit dem Bogen anschießen. Das ist mir das Beste. Da hinten ist ein Feuer. Okay, Leute, das probieren wir mal. So. Dann hier hoch. Kommt her, Leute. Kommt her. Na, kommen sie nicht, oder was? Au. Jetzt habe ich noch mehr angelockt, glaube ich. Hoch mit dir. Ich muss hier irgendwie mal in der Nähe von dem Feuer bekommen. So, jetzt stehen sie ganz gut. Irgendwie probieren sie mal. Bam! Auf jeden Fall haben wir sich ein paar erwischt, Leute. Nein, nein, fallen lassen. Was ist vor Verbrennen? Wie, jetzt rennt der weg, oder was? Okay, das ist gut. Da konnte ich den jetzt trennen wahrscheinlich dadurch, ne? Wartet mal eben. Wo ist denn der jetzt? Den schnappe ich mir jetzt. Das ist cool, 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 Leute. Ich konnte den jetzt von dem Rest trennen. Okay, dann komm mal her, mein Guter. Alter. Alter, das hört richtig böse Kiel aus. Aber so kriegt man jetzt vielleicht. Kommt raus jetzt hier. Einfach weitermachen. Nein, das war falsch. Ja, ja, ja. Okay, ganz ruhig. Aber jetzt nur noch... Okay, er rennt immer noch weg. Okay, vorbei. Okay, vorbei. Ja. Wir müssen mal probieren, ob ich den dann verhören kann. Das ist ja natürlich spitze, aber ich glaube, ich muss den killen, ne? Aber das kann ich ja danach vielleicht noch machen. Komm. Das wird nicht funktionieren. So. Oh nein, es kommen wieder mehr. Oh nein. Ich probiere, ich probiere mal... Ah, fuck. Okay, ich kenne erst mal die ganzen Typen. Das sind ja nicht so viele. Warte, reiche mich. So. Ausweichen. Weck mit euch. So, kann ich denn jetzt mal greifen? Moment mal eben greifen und dann A. Greifen. Der Tod will dich, nicht mich. What the fuck? Nein, 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 nein. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh nein. Jetzt hat er wieder Leben dazugekommen. Scheiße. Damit habe ich das auch gerade nicht gerechnet, halt. Aber ich gehe mir schon da hin, Leute, jetzt hier. Ausweichen. So, den habe ich. Und ist mit dem, der rennt jetzt weiter weg, oder was? Ja, nervig. Ich komme schnell hinterher. Dann schnappen wir uns jetzt. Boah, kann ich... So, okay. Ja, so, 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 so. Wenn ich den Schuh draus... So, jetzt mal greifen und verhören probieren. Und ich sehe, ob es klappt. Na wunderbar. so so ja wo wir mal informationen haben vielleicht über den erstmal eigentlich nicht erstmal über den hier vielleicht botuk bogenmeister okay das hätte ich mit den anderen auch schon mal machen sollen nein das sollte Machtbluse 18 Und da rückt doch jetzt wieder irgendeiner nach, oder? So, einen von vier Häuptlingen haben wir gekillt, wunderbar Okay, und jetzt also langsam bin ich jetzt auch endlich in dieses Nemesis Machtgefüge-System jetzt hier eingestiegen, das ist ja wirklich mal richtig, richtig cool gemacht Und der Kampf gerade, das war schon eine Herausforderung, aber wo ich das dann mit dem Feuer benutzt hatte, dann ging es also gegen die ist es wirklich notwendig, dass man sich die Schwächen und so anguckt Gerade wenn dann zu viele sind, weil so habe ich dann doch mich hinbekommen, dass ich den ein bisschen von der Masse weglocken konnte Das war spitze Also war der Plan gar nicht so schlecht dann mit der Feuerstelle Cool, freut mich auf jeden Fall Das ist wirklich super Aber gut Leute, ich würde an dieser Stelle erstmal Schluss machen und die Folgen jetzt hier schnell produzieren dass ich was für heute habe und dann geht es auf jeden Fall dann noch bald weiter und mit den nächsten Hauptmissionen dann Dann machen wir auch bald dann wieder richtig Storywriter im Sinne von mit hier vielleicht Gollum oder so Aber genauso hier, das ist super, also die Häuptlinge töten, das macht Spaß Es war ja jetzt ja schon irgendwie, also ich fand es zumindest aufregend gerade Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat Also bis zum nächsten Mal dann, tschüssi Was ist das?